Und ich würde sagen, jetzt kommen wir mal uns ready zum Kick-Off. So, Braunschweig fängt an mit dem Kick-Off. Ein, ja, etwas flacher Kick. Von Luca Jäkstedt, die Nummer 13, retourniert von den Canes. Schaffen es über die 30er. Drittes Down. Die Canes haben jetzt Benjamin Thompson im Backfield. Und Brito versucht es wieder selbst. Wird aber zu Fall gebracht. Von Nummer 23, freier Ball, Fabbel, recovered von den Canes. Die Nummer 26 schafft es. Jetzt wird es interessant. Also laut Schiedsrichter zeigen sie einen Touchdown an. Ja, und zwar von Alan Schauntick. Jetzt sehen wir noch, wir schauen mal das Replay an. Fake mit Benjamin Thompson. Freier Ball. Brito verliert den Ball. Fabbel recovered von der 26 von Canes. Alan Jontzik. Und der recovered in der Endzone. Und meine Damen und Herren, wir haben Punkte für diese anderen Terry Canes. Franco, das hast du ein bisschen anders gesehen. Brito war schon in der Endzone und hatte das Touchdown, bevor er gefumpt hat. Und Alan Jontzik hat es dann außerhalb der ersten 10 Yards recovered. Und wie immer, die Canes machen hier ihre Two-Point-Conversion. Oh, da habe ich Brito Unrecht getan. Und Schwarz hat Dump-Off-Pass auf die 10, nein, auf die 13. Spensive Corona. Von Braunschweig gesehen, sondern eher diese, also sehr lauflastiges Game. Äh, ja, was funktioniert. Die Nummer 30, meine Damen und Herren. Und Touchdown Braunschweig. Wieder mal Terrell Bovell. Und Goal. Brito wieder nach außen. Okay. Corona Spencer. Corona. Der hier auch nochmal das Touchdown macht. Wie ist denn? Der sich nicht scheut selber zu gehen? Oh, jetzt sucht aber Isen. Die Nummer 5 steht hier. Open Field. Und bringt das Ding nach Hause, ladies and gentlemen. Lamar Jordan, der zweite Right Receiver von den New Yorker Lines. Kommt hier seelenruhig in die Endzone. Kann sich unterwegs noch einen Kaffee holen. Interessant, ob die... Du, der spielte noch bis letztes Jahr bei den Bärle. Und jetzt Isen versucht, durch die Mitte zu gehen. Aber, und er hat's geschafft. Er hat's geschafft. Touchdown für die New Yorker Line. Noch mal mit Bovell. Isen. Pass. Sucht sein. Fände die Nummer 30. Dump-Off-Pass. Das... Wow. Der Nummer 30 von den New Yorker Lines ist unterwegs. Niemand stoppt ihn. Er ist immer noch unterwegs. Der Junge hat nichts mit der Deutschen Bahn gemeinsam. Findet hier einen freien Weg. Touchdown New Yorker Lines. Autsch. What a run. Das hat wehgetan. Das nimmt mal den richtigen Spielzug. Ich suche mich darum nochmal zu motivieren. So. Brito. Oh, go! Ladies and gentlemen, touchdown, Keynes! Okay. Spencer Corona! Corona! Und... Sauber! Sehr souverän! Sauber, sauber! Drei Punkte! Okay. Und dann hast du dieses Ergebnis. Und... Torell... Bowell, ladies and gentlemen. Über die rechte Seite. Das war ein wunderbares Football-Spiel. Zu Ende sehr eindeutig für die Gäste aus Braunschweig. Da muss doch einiges passieren bei Design & Hurricanes, aber es ist schon wesentlich besser, muss ich sagen.